Marduk, Massaker, Königsrasse, Inside World Pong Teil 3. Jetzt seht ihr einen Einblick von meinem Leben. Jetzt könnt ihr meine Hunde kennen. Medusa, Apollo. Ich trainiere dir jetzt ein bisschen, damit ihr seht, was die Marduk so braucht. Check. Viele Leute schreiben mich an wegen Hundezucht und wie man Hunde erziehen sollte am besten. Und ich kann sagen, auf jeden Fall, die Hunde muss man so erziehen, dass man sie nicht schlagen darf. Das ist schon ein erstes Gesetz. So, wenn sie dich lieben, so oder so, werden sie dich immer beschützen. Man muss sie immer gut machen, wenn man viel trainiert. Dann werden sie so, wie meine Hunde, auf jeden Fall. Sie schützen mich bis zum Tod. Keiner kann sie aufhalten. Angst kennt sie nicht, Schmerzen kennt sie nicht. Durch Liebe schützen sie den Wissenzeit. So undachbote. Also, grüß, tschüss. Meine Medusa, wie gesagt, ist zwei Jahre alt. Apollo, zweieinhalb Jahre alt. So, ihr habt meine Hunde jetzt gesehen. Die sind zwei, die wir kennen auf jeden Fall. Wie die Leute schon sagen, der beste Freund des Menschen ist der Pitbull. Und das sind meine Radikäse. Und das sind meine Radikäse. Okay Leute, seid willkommen. Hier in der Höhle des Löwen. Wir sind hier nicht in Deutschland natürlich. Wir machen hier einen kleinen Schießstand. Bei uns geht es so. Ob wir dissen nicht, wir schicken. Einer von denen wird reichen, hundert Prozent. Einer von denen wird reichen, hundert Prozent. Königstrassen, Kreuzberg, 36. Okay? So Leute, kommen wir zum Album Blutbeton 2. Wer alles drauf gearbeitet hat, wer die Beats gemacht hat. Da ist einmal M3neut. Hat einen geilen Beat drauf gemacht. KD Beats ist drauf. Beatkit. Benny Horvath aus der Schweiz hat einen richtig geilen Ding drauf gepackt. Tuna aus Kreuzberg. 36 Beats. Unsere eigenen Leute, Brüder von uns. Von mir sind zwei Beats drauf auf jeden Fall. Burka hat zwei geile Dinge drauf gemacht. Und das Album ist auf jeden Fall sehr gut geworden. Es ist so gut wie beendet. Wir sind in der Endphase. Das Mischen und Master müssen noch gemacht werden. Und Videos werden wir auch fünf Stück machen. Mit dem ersten haben wir schon angefangen. Verschiedene Sachen, die man von uns kennt. Straßenvideos, künstlerische Sachen. Die Videos werden zum größten Teil von unseren eigenen Leuten gemacht. Kata Königsrasse Videoproduktion. Unser Mann macht Bonkenvideos. Ihr wollt uns sehen, hier Massaker und am Blitzwischen. Tränen die laufen, sie zeigen keine Schwäche. Meine Känge schallen durch Land und Fläche. Ihr wisst, letztes Jahr im November habe ich mir ein Solo-Album rausgebracht. Das Ritual kann man immer noch kaufen auf Amazon.de, Mediamarkt, Saturn, iTunes. Wer entfernt ist, muss so oder so alle unsere Sachen kaufen. So oder so. Wer sagt, ich bin ein Massaker, dann muss man auch alle Sachen von uns haben. Wie zum Beispiel eine Lederhacke. Was nächstes Jahr, Anfang nächstes Jahr kommt. Unsere Pullover, Murdoch Massaker. Normale Massaker Pullover, Königsrasse Pullover, T-Shirt. Alles mögliche kann man auf massaker.beatles.de bestellen. Das ist unser offizieller Shop. Das war es mit dem Königsrasse Inside Report Teil 3. Nächstes Mal sind die Filme von uns. Murdoch Massaker, Königsrasse, Kreuzberg. Das ist unsere storyline. Das war es mit dazu.